Moin ihr Lieben, heute darf ich zusammen mit der BKK Melitta Plus über Lebensmittel reden, die unser Immunsystem stärken. Ich habe hier eine kleine Auswahl für euch vorbereitet und möchte ein bisschen was zu diesen Lebensmitteln, die ich hier mitgebracht habe, erzählen. In Brokkoli stecken wirklich sehr viele Vitamine und Nährstoffe. Mit Brokkoli kann man wirklich viele Gerichte zubereiten, die auch lecker schmecken und auch zugleich gesund sind. Nüsse zum Beispiel sind ein super Snack für zwischendurch. Mit denen kann man auch viele verschiedene Rezepte originell aufpeppen. Hier habe ich auch den Klassiker, den Okaido-Kürbis. Mit dem kann man auch viele leckere Rezepte zubereiten, die auch viele wertvolle Nährstoffe und Vitamine enthalten. Okaido-Kürbis lässt sich auch sehr gut mit Orangen kombinieren. Man kann leckere Kürbis-Desserts damit zaubern. Orangen und Mandarinen finden wir auch zu dieser Saison und in denen steckt viel Vitamin C. Joghurt, Quarkspeisen enthalten auch viele Probiotika, die unseren Darm stärken. Knoblauch lässt sich sowieso im fast jeden Gericht einsetzen und gibt immer so einen leckeren, peppigen Geschmack. Eins meiner Favoriten ist der Ingwer-Shot. Wir trinken gerne zu Hause so einen kleinen Shot morgens und dann starten wir wirklich fit in den Tag. Prost! Schaut gerne in unserem Blog, da findet ihr sehr viele Rezepte und könnt auch erfahren, was ihr auch mit diesen Lebensmitteln alles zaubern könnt.